Mit einem außergewöhnlichen Konzept wollen auch Montita und Peter Nicolai Schramm in Hannover neue Kundschaft anlocken. Mal so richtig entspannen, relaxen, sich durchkneten lassen. Ich spreche allerdings nicht von Menschen, nein, es geht um Hunde. Olli Vollmering hat sich mal angeschaut, wie so eine Thai-Massage für Bello und Co. aussieht. Snow, Dana, Kimberly, Danny und Finu sind wahnsinnig unentspannt. Das stressige Hundeleben hat ihnen zugesetzt, die Muskeln sind verhärtet, Nackenschmerzen sind an der Tagesordnung. Okay, das mag etwas übertrieben sein, aber mit solchen Symptomen würde zumindest ein Mensch mal darüber nachdenken, sich massieren zu lassen. Montita Schramm macht das bei Hunden. Der Körper eines Hundes hat insgesamt acht Massagepunkte. Menschen haben bei der Thai-Massage mehr davon. Aber nicht jeder Hund kann auch massiert werden. Man muss gucken, was der Hund erlaubt oder nicht. Ich kann nicht gegen den Hundewillen anarbeiten. Manchmal, wenn der Hund sich viel bewegt oder unruhig ist, heißt das, ich mag nicht. Gelernt hat Montita die Hundemassage in ihrem Heimatland, Thailand, bei einem Hundezüchter- und Massageexperten in Bangkok. Und dabei geht es eben nicht nur darum, dem Hund die Muskeln zu entspannen. Positive Nebenwirkungen sind größere Gelassenheit und weniger Aggressivität. Danny hat heute zwar nicht so recht Lust, sich massieren zu lassen, aber, das sagen die Hundebesitzer, Danny und die anderen sind nach der Massage irgendwie anders drauf. Sie ist im Alltag entspannter. Ruhiger, nicht mehr so hektisch. Und das schon nach ein bis zwei Massagen. Das dauert jedes Mal inklusive Waschen, Föhn und Bürsten rund eine Stunde, ist aber auch nicht für jeden Hund geeignet. Wenn der Hund sowas wie ein Rottweiler oder ein Dobermann ist, also ein Wachhund, oder wenn der Hund zu jung, zu alt, schwanger oder herzkrank ist, kann er nicht massiert werden. So eine Massage kostet immerhin 45 Euro. Aber schon nach kurzer Zeit ist sehr deutlich zu sehen, dass die Thai-Massage für Hunde offensichtlich sehr entspannend wirkt.